mich auf die nächsten Wochen, beziehungsweise Freude ist vielleicht etwas übertrieben. Wir werden da sicherlich auch viel Schmutz an die Oberfläche ziehen und ich hoffe, dass wir vor allem der Öffentlichkeit hier einen Dienst erweisen können und wir werden jetzt rund um die Uhr an den Donnerstagen begraben sein in diesem Gremium. Ich finde, dass es wichtig ist, eben nicht nur über Pöstchen zu sprechen, sondern über politische Verantwortung und das werde ich auch mit sofortiger Wirkung tun. Ich vermute mal, dass wir sicherlich neben dem, was wir schon besichtigen konnten, an eklatanten Behördenversagen im Geschäftsbereich von Herrn Scholz, dass wir sicherlich auch über Bayern sprechen müssen, über das Bundesland Bayern und dass wir auch über die Rolle der Nachrichtendienste sprechen müssen, um zu erfahren, warum auch so bedenkenlos in China für dieses Unternehmen lobbyiert wurde. Das war eine kurze, knackige Sitzung. Ich gehe davon aus, dass die künftigen Sitzungen des Untersuchungsausschusses Wirecard etwas länger brauchen werden. Ob wir jedes Mal bis halb fünf Tage müssen, so wie mit Herrn Scheuer neulich, das werden wir sehen. Aber ich glaube, es gibt jede Menge Fragen, jede Menge Aufgaben, die wir klären werden. Aber ich bin guten Mutes, dass wir einen großen und erheblichen Beitrag zur lückenlosen Aufklärung dieses größten Wirtschaftsskandals in der Geschichte der Bundesregierung auch leisten können werden. Das sind wir dem Finanzplatz Deutschland und auch den vielen Menschen, die Geld verloren haben, aber eben auch Vertrauen in diesen Finanzplatz schuldig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Arbeit, aber bin auch sehr demütig, weil ich glaube, jede Menge Aufgaben auf uns zukommen. Was ich positiv finde, wir haben, ich habe es mal mitgebracht, 137 Beweisanträge einstimmig zwischen Koalition und Opposition verabschiedet. Das zeigt auch schon so ein bisschen, was an Arbeit vor uns liegt. Wir freuen uns als SPD auf die kollegiale Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und sind natürlich auch gespannt, was wir in dieser ambitionierten Zeitplanung alles aufdecken können. Wir haben zahlreiche Fragen, gerade in Richtung der Wirtschaftsprüfer. Und es ist, glaube ich, gut, dass es jetzt einfach losgeht. Es geht hier mir um die Sache, Aufklärung und die richtigen Schlussfolgerungen am Ende des Tages daraus zu ziehen. Da geht es mir nicht so sehr um Personen, weil die verstellen eben manchmal doch den Blick fürs Wesentliche, sondern wie es ja auch anklang, um die Abläufe, die Vorgänge. Und da werde ich mich einsetzen und auch den Beweis antreten, so wie es ja eben anklang, dass die AfD auch Arbeit kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich habe mich in meinem ganzen Leben nie vor Arbeit gedrückt. Ich freue mich auf die kollegiale Zusammenarbeit. Ich glaube, das wird gelingen, weil wir auch die letzten drei Jahre gut im Finanzausschuss zusammengearbeitet haben. Und allen, das habe ich heute auch wieder gemerkt, liegt eins am Herzen, wirklich Licht ins Dunkel dieser verschiedenen Vorgänge zu bringen. Ob wir nun die einzelnen Behörden neben Bafin, FIU, APAS, die wir nennen können, ob wir verschiedene Vorgänge um die Wirtschaftsprüfer nennen können. Das haben Linke, Grüne und FDP in ihren Anträgen dargelegt. Dem will ich mich widmen, der Aufgabe voll und ganz verschreiben, damit wir in dieser sehr kurzen Zeit greifbares den Menschen, den Wählern draußen präsentieren können. Und damit der Finanzplatz Deutschland sein altes Vertrauen auch zurückgewinnt, das brauchen wir, wenn wir ins 21. Jahrhundert voll durchstarten wollen. Sicherlich ging es heute schnell, weil es vor allem um formale Dinge ging. Es ging darum, den Aufklärungsprozess zu strukturieren. Und da haben wir heute einen großen Schritt gemacht. Wir freuen uns auf die kollegiale Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss. Ich denke, wir haben da sehr viel Expertise, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Wir haben es hier mit dem größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Und da sind wir es allen schuldig, dass wir hier vollständige Aufklärung leisten, sowohl den Anlegern, aber auch den Mitarbeitern von Wirecard, allen Akteuren am Finanzmarkt. Die haben alle ein großes Interesse daran, zu Recht, dass wir Aufklärung leisten. Damit haben wir heute einen großen Schritt gemacht. Wir haben Verfahrensanträge gestellt, wir haben Beweisanträge gestellt seitens der Union. Wir haben auch noch einen weiteren Sachverständigen dazu benannt, um auch das Geschäftsmodell noch weiter verstehen zu können. Da haben wir noch ein Konkurrenzunternehmen, was wir in den Ausschuss laden werden. Insofern wird es jetzt mit Hochdruck weitergehen. Dem Ausschuss bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr so viel Zeit. Insofern werden wir da ordentlich Dampf machen. Heute haben wir uns konstituiert. Die Arbeit kann jetzt weitergehen. Wir haben heute die Zeugen in politischer Verantwortung bereits nominiert. Das ist die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Das ist der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Das ist auch Peter Altmaier. Das ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Herr Herrmann. Und noch einige andere, vor allem natürlich auch die Führung der BaFin, der Finanzaufsicht. Und wir haben auch vor allem den Komplex China-Reise bereits bearbeitet. Dort haben wir als Zeugen unter anderem Karl Theodor zu Guttenberg und Klaus-Dieter Fritsche nominiert, weil wir diesen Komplex ist abgrenzbar, ist überschaubar, möglicherweise früher schon bearbeiten können, auch mit der Zeugenvernehmung als andere, wo wir erst die Akten durchgesehen haben müssen. Das ist der Hintergrund. Die Zeugenliste, die wir heute beschlossen haben, ist ein erster Aufschlag. Sie wird noch deutlich länger werden in den nächsten Monaten.